Liebe Wittringer Kinder, liebe Eltern, da wir nun leider im Moment alle zu Hause sitzen, haben wir uns vom Kollegium heute der Wittringer Schule was ganz besonderes ausgedacht. Und zwar, ihr kennt ja alle unseren neuen Schulzongen, den wir schon seit einigen Wochen nun mal geübt haben und wir wollen nun diesen Schulzong euch noch einmal hier für euch noch mal singen und alle eure Lehrerinnen und Lehrer haben sich noch was ganz besonderes weiterhin ausgedacht. Wir wollen euch noch eine Botschaft überbringen, wie sehr wir euch alle vermissen und wie sehr und wir uns doch darauf freuen, dass es bald auch mal wieder weitergeht, dass wir uns dann alle gesund und munter in der Schule dann wieder wiedersehen. Und eins wünsche ich mir ganz besonders, ich möchte beim Schulzong den nächsten nicht nur mich oder uns hier zu Hause hören, ich möchte vor allem den nächsten auch euch hören. Dich möchte ich gerne hören, wie du den Schulzong bald wieder singen wirst. Ja? Okay. Jeden Morgen um halb acht geh ich zur Schule, bin noch nicht wach. Du meine Freunde sind schon dort. Die Glocke klingelt, schwiegen rein, ich setz mich hin, hier bin ich daheim. Das sind wir im Wittlinger Schloss. Wir halten zusammen, wohin wir auch gehen, wir sind stark, wo wir auch stehen. Mit Wittlinger Kinder, das sind wir, sind nicht allein. Kein Ziel ist zu groß, kein Weg ist zu weit, wir haben Mut, wir sind nicht allein. Mit Wittlinger Kinder, das sind wir, sind nicht allein. Mathe, Englisch, Deutsch und Kunst, unser Leben ist bunt, das sind wir im Wittlinger Schloss. Wir sind fröhlich, wild und frei, doch wir lernen auch dabei, das sind wir im Wittlinger Schloss. Hier will ich sein, bin nie allein. Hier will ich sein und werde, wer ich bin. Hier will ich sein. Wir sind nicht allein Was für ihr Kinder, das sind wir Sind nicht allein Wir sind nicht allein ased Hüften der Kinder, das sind wir, sind nicht allein. Wir trinken Kinder, das sind wir, sind nicht allein.